Hallöchen, mein Name ist Nadine Weiner von Stampin'Club.de. Ich bin unabhängige Stampin'Up Demonstratorin und ich möchte euch heute eine tolle Funktion in unserem neuen Stampin'Up Online Shop vorstellen und zwar die Wunschliste. Gerade jetzt vor Weihnachten ist es toll, wenn wir auch auf einfachem Weg unseren Lieben mitteilen können, was denn unsere Wünsche sind und wir alle freuen uns doch über tolle Produkte, um dann selbst kreativ werden zu können. Die Wunschlistenfunktion im Online Shop ist dafür echt ein tolles Hilfsmittel. Zuerst einmal kurz der Weg in den Online Shop. Ihr könnt in euer Browserfenster eingeben, shop.stampinclub.de und ihr seht, dann kommt ihr direkt zum Stampin'Club Online Shop und zwar der Stampin'Up Online Shop und zwar meiner, ganz genau. Und zwar, ihr seht, wichtig ist immer, dass hier oben steht, dass ihr bei mir bestellt, dass da Nadine Weiner steht. Und dann, was wir als nächstes machen müssen, um die Wunschlistenfunktion zu nutzen, ist uns entweder anmelden, wenn ihr bereits ein Kundenkonto habt oder selbst ein Konto erstellen. Also diese beiden Optionen, wichtig, ihr braucht unbedingt ein Kundenkonto, sonst könnt ihr die Wunschliste nicht nutzen. Ich melde mich jetzt mal mit meinem Kundenaccount an. Noch ein einfacher Weg, um in den Online Shop zu kommen von Stampin'Up ist es, wenn ihr auf einem meiner Blogbeiträge seid, verlinke ich euch immer am Ende des Beitrags einmal hier direkt den Online Shop und die einzelnen Produktfotos sind auch ebenfalls mit dem Stampin'Up Online Shop verknüpft. Das heißt, ihr klickt auf ein Produkt, das euch interessiert und schon werdet ihr zum Stampin'Up Online Shop weitergeleitet. So, ich checke jetzt nochmal kurz. Genau da oben steht mein Name. Das bin ich. Und das bedeutet, ich kann nun weiter shoppen. Ich habe mich angemeldet und kann jetzt diese Stanze zu meiner Wunschliste hinzufügen. Dafür habt ihr hier drüben das Herz und der Text zur Liste hinzufügen. Und wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr hier meine bereits vorhandenen Listen, die ich schon angelegt habe, beziehungsweise Favoriten ist immer standardmäßig schon angelegt. Jetzt möchte ich noch eine neue Liste anlegen. Klicken wir mal da drauf und dann kann ich dem einen Namen geben. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ihr wollt eine Liste an eure Schwiegereltern machen. Moment. Schwiegereltern. Und dann klicke ich auf neue Liste erstellen. Dann kann ich diese Stanze zur Liste Schwiegereltern hinzufügen. Und ihr seht, das Herz wird dann schwarz. Ihr könnt das Ganze auch, wenn ihr in einer großen Übersicht seid von einer Kategorie und da viele Artikel angezeigt werden, könnt ihr das ganz schnell machen, den ihr auf das Herz von hier klickt und dann die Liste entsprechend auswählt. Und ihr seht auch hier, das Herz verändert die Farbe. All eure Wunschlisten findet ihr hier oben rechts, wenn ihr auf das Herz klickt. So, ich wähle jetzt eine Liste aus. Ich nehme jetzt die hier von den Schwiegereltern. Die kann ich jetzt beliebig bearbeiten. Ich kann den Namen ändern. Ich kann das Ganze löschen. Ich kann auch hier einzelne Produkte zu einer anderen Liste hinzufügen. Und ich kann das Ganze auch in meinen Warenkorb hinzufügen, indem ich hier draufklicke und ihr seht, was passiert. Hier oben ändert sich die Anzahl. Das heißt, die Stanze, beziehungsweise das Stanzenpaket in diesem Fall wandert in meinen Warenkorb und verschwindet auf der Liste. Das ist ganz gut, wenn ihr eine Liste habt und die von mehreren Leuten quasi genutzt wird. Denn dann bekommt ihr dann die Stanze auch wirklich nur einmal. Möchte ich jetzt den Schwiegereltern sagen, was ich mir zu Weihnachten wünsche, dann klicke ich auf Liste teilen. Und ihr seht, hier kommt ein kleines Pop-up-Fenster. Ich kann hier draufklicken und dann wird der Link in die Zwischenablage kopiert und ich kann ihn in eine E-Mail einfügen oder wo auch immer. Ich kann das Ganze aber auch direkt per E-Mail teilen, per Facebook oder per Twitter teilen. So, und nun können eure Lieben euch dann das schenken, was ihr euch auch wirklich an Stampin' Up Produkten gewünscht habt. Ihr könnt dann natürlich auch immer ein paar Artikel auf Vorrat halten. Ist immer ganz gut, wenn man da so last minute noch ein Geschenk braucht. Ich denke nur so an die Ehegatten. Da habe ich nämlich des öfteren Mal verzweifelte Anrufe gehabt, weil man nicht wusste, was man denn nochmal der Frau schenken soll. Kleiner Hinweis. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei mir. Und nun lasst euch schön beschenken und bleibt vor allem gesund. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.